Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du Linux zusätzlich zu Windows 11 auf die gleiche Festplatte oder auf eine zweite Festplatte installierst. Ich erkläre die Installation mit Ubuntu auf einem Laptop. Es funktioniert aber natürlich mit anderen Linux-Versionen und Desktop-PCs genauso. Zwischendurch sage ich dir, welche Probleme es geben könnte und wie du sie beheben kannst. Es lohnt sich also, das Tutorial komplett anzuschauen. Trotzdem gibt es vereilige Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Los geht's! Lade dir deine Wunsch-Linux-Distribution von deren offizieller Website herunter. Vorsicht! Downloads aus anderen Quellen könnten Spyware enthalten. Für Einsteiger empfehle ich die Installation von Linux Mint oder Ubuntu. Links zu beiden findest du in der Videobeschreibung. Je nach Internetverbindung kann der Download der Image-Datei einige Minuten bis Stunden dauern. Ist er fertig, findest du sie normalerweise im Downloads-Ordner. Dann brauchst du noch ein Programm, um aus der Image-Datei einen Boot-Bahn, also startfähigen USB-Stick zu erstellen. Dafür verwende ich Rufus. Es ist Open Source, also kostenlos und kann ohne Installation genutzt werden. Link zum Download von der offiziellen Website ebenfalls in der Videobeschreibung. Lass dich nicht von den vielen Werbebannern irritieren. Der Download des Programms versteckt sich weiter unten. Und keine Sorge, die Software selbst ist werbefrei und muss nicht mal installiert werden. Die empfohlene Version steht ganz oben. Eventuell musst du nochmal Werbung wegklicken und dann sollte Rufus recht schnell geladen sein. Steck jetzt einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher in deinen Windows-11-PC. Wenn Daten drauf sind, macht das nichts. Aber Achtung! Alle Daten auf dem Stick werden gelöscht. Falls du sie noch brauchst, sichere sie vorher. Außerdem würde ich dir dringend empfehlen, vorher ein Backup deines Computers zu machen. Normalerweise geht zwar nichts schief, aber sicher ist sicher. Ich habe dir eine Anleitung dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt machst du im Downloads-Ordner einen Doppelklick auf Rufus. Bevor es sich öffnet, musst du die Ausführung noch bestätigen. Das sieht man im Video nicht. Nun will Rufus gleich nach Updates suchen. Das bestätige ich mit Ja. Hier oben kannst du deinen USB-Stick auswählen. Pass auf, dass es der richtige ist. Entferne am besten vorher alle anderen USB-Sticks, Festplatten und Speicherkarten. Dadurch wird es auch nachher übersichtlicher und du kannst nicht aus Versehen das falsche Laufwerk löschen. Danach klickst du auf Auswahl und suchst das heruntergeladene Image deiner Linux-Distribution. Klicke die ISO-Datei an und dann auf Öffnen. Den Rest kannst du so lassen und dann einfach auf Start klicken. Hier die empfohlene Einstellung ausgewählt lassen und bestätigen. Jetzt warnt dich Rufus nochmal, dass alle Daten auf dem USB-Stick gelöscht werden. Nach dem Bestätigen geht's los. Bei mir hat das Erstellen ungefähr 9 Minuten gedauert. Das kürze ich natürlich. Wenn der Installationsstick fertig ist, kannst du Rufus einfach schließen. Jetzt zeige ich dir noch schnell, wie so ein fertiger USB-Stick im Dateiexplorer aussieht. Nachdem du Linux installiert hast, kannst du den Stick übrigens ganz normal formatieren und wieder benutzen. Auch dazu gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Jetzt machst du einen Rechtsklick auf das Windows-Logo und wählst die Datenträgerverwaltung aus. Hier schaffen wir Platz für die Linux-Installation. Entweder auf einer zweiten Festplatte oder auf deiner Windows-System-Festplatte. Die Mindestanforderungen für Ubuntu sind 5 GB freier Speicher. Für Linux-Mint 9 GB. Um Linux sinnvoll nutzen zu können, würde ich aber mindestens 50 GB empfehlen. Hier werden alle deine Datenträger aufgelistet. Daneben siehst du, in wie viele Teile, also Partitionen, sie aufgeteilt sind. Der Datenträger 0 ist normalerweise die System-Festplatte, auf der Windows installiert ist. Sie ist standardmäßig in mehrere Partitionen aufgeteilt. Diese kleinen benötigt Windows zum Starten und zur Wiederherstellung. Die sollte man in Ruhe lassen. Die große Partition trägt normalerweise den Buchstaben C. Die benutzt du, wenn du Windows startest. Der Datenträger 1 ist mein USB-Stick. Falls du eine zweite Festplatte hast, ist das wahrscheinlich die 2 und dein USB-Stick ist Datenträger 3. Wenn du Linux neben Windows 11 auf die gleiche Festplatte installieren willst, dann mache einen Rechtsklick auf die Partition C. Wähle dann Volume verkleinern aus. Falls du Linux auf einer zweiten Festplatte installieren willst, machst du einen Rechtsklick auf allen darauf vorhandenen Partitionen und wählst überall Volume löschen aus, bis alle Partitionen weg sind. Aber Achtung, dabei gehen alle Daten auf diesen Partitionen verloren. Wenn du sie noch brauchst, sichere sie vorher und sei dir wirklich sicher, dass du den richtigen Datenträger löscht. Beim Verkleinern kannst du jetzt eingeben, um wie viel Megabyte deine Partition C verkleinert werden soll. Daraus wird dann der Speicher für die Linux-Installation. Hier oben siehst du, um wie viel Megabyte du höchstens verkleinern kannst. Lass lieber einiges für Windows übrig. Ich will etwa 90 Gigabyte für Linux frei machen und gebe deswegen 90.000 Megabyte ein. Dann auf Verkleinern klicken. 1024 Megabyte sind übrigens 1 Gigabyte. Deswegen stehen hier jetzt 87,89 Gigabyte. Nicht zugeordnet bedeutet, dass dieser Speicherplatz zu keiner Partition gehört. Er ist also erstmal nicht nutzbar. Wenn du auf einer zweiten Festplatte alle Partitionen gelöscht hast, dann sollte da nur ein großer Block mit nicht zugeordnetem Speicher sein. Im Dateiexplorer kannst du den nicht zugeordneten Speicher gar nicht sehen. Da siehst du auch die kleinen Windows-Hilfspartitionen nicht. Das war's mit den Vorbereitungen. Jetzt beginnt dann endlich die Installation von Linux. Lass den USB-Stick eingesteckt und klicke im Startmenü auf Neustarten. Damit die Installation vom USB-Stick beginnen kann, muss der Computer vom Stick starten, nicht, wie sonst, von der Systemfestplatte. Das stellt man im Bootmenü bzw. im BIOS ein. Um dort hinzukommen, musst du direkt nach dem Einschalten oder Neustarten eine bestimmte Taste drücken. Also meistens dann, wenn das Logo des PC-Herstellers kommt. Welche Taste du drücken musst, kann bei jedem Computer anders sein. Oft sind es die Tasten Escape, F2, F10, F12 oder Entfernen, also Delete. Entweder du probierst es aus oder du versuchst es anhand der Modellbezeichnung per Google rauszufinden. Oder du hast Glück und es steht beim Einschalten des PCs irgendwo am Bildschirmrand. Wenn die Schrift zu schnell verschwindet, dann fotografiere oder filme sie mit dem Handy. Außerdem kann dir natürlich die Hotline des PC-Herstellers weiterhelfen. Bei doppelt belegten Tasten kann es sein, dass du die Fn-Taste gedrückt halten musst, damit die F-Tasten funktionieren. Und leider funktionieren Bluetooth-Tastaturen und Mäuse normalerweise nicht. Du brauchst kabelgebundene oder welche, die per 2,4 GHz USB-Dongle angeschlossen sind. Sobald der Wird-Neu-Gestartet-Hinweis verschwindet, drücke ich bei meinem Dell-Laptop ganz oft die F12-Taste und komme so zwar nicht ins vollständige BIOS, aber in den Boot-Manager. Er ist Teil des BIOS und reicht für unsere Zwecke. Bei dir kann das ganz anders aussehen. Hier ist nur ein einfaches BIOS installiert, das sich nur mit der Tastatur bedienen lässt. Mit den Pfeiltasten geht es hoch und runter, mit Enter kann ich den USB-Stick auswählen und dann startet mein PC auch schon vom Stick. Falls du Zugriff auf das vollständige BIOS hast, musst du dort einen Menüpunkt suchen, der irgendetwas mit Boot im Namen hat. Da kannst du dann den USB-Stick an die erste Stelle setzen, die Einstellungen speichern und das BIOS verlassen. Das heißt häufig Save and Exit. Entweder so wie in diesem Beispiel ganz komfortabel mit Maus und Tastatur oder wie an meinem PC nur mit der Tastatur. Du siehst dann normalerweise am unteren Bildschirmrand, welche Optionen es gibt und welche Tasten du drücken musst. Leider gibt es keinen einheitlichen Weg, aber ich bin mir sicher, du wirst dich zurechtfinden. Übrigens musste ich bei mir weder Fastboot noch Secureboot noch den TPM-Chip im BIOS ausschalten, um vom USB-Stick booten zu können. Das ist bei mir alles noch aktiv. Falls es bei dir jedoch nicht klappt, suche im BIOS Fastboot und deaktiviere es. Das heißt normalerweise Disable. Wenn das Starten vom Stick dann immer noch nicht klappt, kannst du dir überlegen, Secureboot abzuschalten. Vorher solltest du aber sicherstellen, dass du BitLocker in Windows 11 nicht eingeschaltet hast. Sonst sperrt er dir womöglich den Zugriff auf deine Daten. Dann hast du ein Problem. Startet dein Computer nun endlich vom USB-Stick, dann siehst du diesen Bildschirm. Hier kannst du wieder mit den Pfeiltasten eine Auswahl treffen und mit Enter bestätigen. Normalerweise ist die erste Option die richtige. Falls die Installation bei dir fehlschlägt und du deinen Computer ausschalten musst, dann versuche es das nächste Mal mit der Save-Graphics-Option. Nachdem ich Install Ubuntu mit Enter bestätigt habe, hat es trotz SSD ungefähr 4 Minuten gedauert, bis es weiterging. Dabei war der Bildschirm auch mal eine ganze Weile komplett schwarz. Ich habe das natürlich aus dem Video rausgekürzt. Bitte warte einfach geduldig ab. Vor allem, wenn du noch eine normale Festplatte hast, sind lange Wartezeiten normal und kein Grund, den Computer einfach abzuschalten. Schreib gerne in die Kommentare, wie lange es bei dir gedauert hat. Das hilft anderen Zuschauern abzuschätzen, welche Wartezeiten normal sind. Irgendwann kommt dann endlich dieser Bildschirm. Links kannst du die Sprache auf Deutsch umstellen. Hier könntest du jetzt Linux erstmal als Live-System direkt vom USB-Stick testen. Das wird aber je nach USB-Stick sehr langsam und träge sein. Ich klicke gleich auf Ubuntu installieren. Die Tastaturbelegung sollte schon korrekt auf Deutsch eingestellt sein und du kannst gleich auf Weiter klicken. Als nächstes solltest du dich gleich mit dem Internet verbinden. Dadurch können während der Installation schon Updates installiert werden und es beugt möglichen Problemen bei der Hardwareerkennung vor. Falls du ein Netzwerkkabel eingesteckt hast, solltest du sowieso automatisch mit dem Internet verbunden werden. Ich habe aber WLAN und suche mein Netzwerk aus der Liste aus. Dann auf Verbinden klicken. Die richtige Verschlüsselung ist normalerweise schon vorausgewählt. Wenn nicht, kannst du sie hier umstellen. Dann einfach den WLAN-Netzwerkschlüssel eintippen. Falls du ihn nicht selbst geändert hast, steht er übrigens meistens irgendwo auf dem WLAN-Router. Dass man sich erfolgreich verbunden hat, sieht man leider nur am veränderten WLAN-Symbol oben rechts. Danach auf Weiter klicken. Nun musst du die Art der Installation auswählen. Ich lasse hier alles, so wie es empfohlen wird. Die minimale Installation verbraucht weniger Speicherplatz, du musst aber eventuell grundlegende Programme selbst nachinstallieren. Ist also eher was für Fortgeschrittene. Die Updates lasse ich gleich mit installieren. Hiermit sind vor allem Treiber für die Grafikkarte und andere Geräte, aber auch Kodex für Filme und Musik gemeint. Die Drittanbieter sind also zum Beispiel Nvidia oder andere Hersteller. Grundsätzlich eine gute Idee. Allerdings weiß ich, dass die Open-Source-Treiber manchmal besser funktionieren wie die vom Hersteller. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Wenn etwas nicht funktioniert, kann man die Treiber immer noch hinterher manuell installieren. Eine Anleitung dazu verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Auf dem nächsten Bildschirm ist schon ausgewählt, dass Linux neben Windows installiert wird, also dass beide Betriebssysteme auf dem Computer sein werden. Wenn du hier unten die Markierung setzen würdest, dann würde Windows zusammen mit allen deinen Daten gelöscht werden und du hättest nur noch eine leere Linux-Installation auf deinem PC. Lasse also die Markierung hier und klicke auf Jetzt installieren. Jetzt nochmal bestätigen, dass das wirklich dein Wunsch ist. Die Region sollte schon richtig vorausgewählt sein. Ansonsten klicke sie auf der Weltkarte an und dann geht's weiter. Hier kannst du jetzt noch Namen für dein Benutzerkonto und deinen Computer vergeben. Ein Passwort musst du auch noch erstellen und dann geht's weiter. Jetzt beginnt die eigentliche Installation von Ubuntu. Sie hat bei meinem Laptop mit SSD etwa 10 Minuten gedauert. Bei älteren PCs kann es natürlich viel länger dauern. Während der Installation im Schnelldurchlauf noch schnell ein Hinweis in eigener Sache. Vor fast 8 Jahren habe ich schon mal ein Tutorial zur Installation von Linux und Windows auf einem PC veröffentlicht. Es hat bis dato etwa 131.000 Aufrufe und ich habe damit bisher 208 Euro verdient. Ich bin etwa 40 Stunden daran gesessen, das entspricht einem Bruttostundenlohn von 5,20 Euro. Das macht natürlich finanziell keinen Sinn für mich. Wenn dir meine Videos gefallen, dann bitte ich dich deswegen um deine Unterstützung. Lass mir gerne ein Trinkgeld über die Superthanks-Funktion da. Die Beträge werden übrigens von YouTube vorgegeben, ich hätte sie gern etwas niedriger. Oder tätige deinen nächsten Einkauf über meine Partner-Links in der Videobeschreibung. Du bezahlst dann den gleichen günstigen Preis wie andere Kunden, aber ich bekomme eine kleine Provision dafür. Und zu guter Letzt schalte deinen Adblocker aus. Jetzt schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn die Installation fertig ist, musst du nur noch auf Neu starten klicken. Jetzt siehst du auch gleich, wie das in Zukunft nach dem Einschalten des PCs aussieht. Nach dem Hersteller-Logo kommt dieser Auswahlbildschirm. Das ist der Group Bootloader, also der Startmanager. Hier kannst du mit den Pfeiltasten Windows oder Ubuntu auswählen und mit Enter bestätigen. Trödelst du zu lange, startet automatisch Ubuntu. Ich boote jetzt erstmal Windows 11, damit du siehst, dass das noch problemlos funktioniert. Danach zeige ich dir gleich noch schnell das Starten und die erste in Richtung von Ubuntu. Bei Linux Mint sieht das alles sehr ähnlich aus. Wie du siehst, ist meine Windows 11-Installation noch voll nutzbar. Vom abgetrennten Festplattenabschnitt mit der Linux-Installation sieht man im Datei Explorer nichts. Möchtest du Daten austauschen, benutzt du also am besten einen USB-Stick oder eine externe Festplatte. Jetzt wechseln wir noch schnell das Betriebssystem. Dafür im Startmenü einen Neustart auswählen. Wenn du den PC herunterfahren und wieder einschalten würdest, würde es natürlich genauso gehen. Nach dem Hersteller-Logo kommt wieder dieser Auswahlbildschirm. Diesmal wähle ich Ubuntu aus, indem ich Enter drücke. Da ist auch schon der Anmeldebildschirm. Kennwort eingeben und mit Enter bestätigen. Nach etwas Wartezeit sehen wir den Desktop von Ubuntu. Jetzt könntest du gleich deine Online-Konten für E-Mails, Kalender, Kontakte, Cloud-Speicher und so weiter einrichten. Das kannst du aber auch überspringen und auf Fun später machen. Livepatch ist eine sinnvolle Funktion, bei der wichtige Sicherheitsupdates sofort und meist ohne Neustart automatisch installiert werden können. Also eigentlich das gleiche wie Apples schnelle Sicherheitsmaßnahmen-Funktion. Dafür musst du aber ein Konto bei Ubuntu One einrichten. Das ist für bis zu drei Computer kostenlos. Aber das wird jetzt zu viel für ein Video, deswegen lasse ich es weg und klicke auf Weiter. Hier kannst du zur Weiterentwicklung von Ubuntu beitragen, indem du Systeminformationen senden lässt. Das kennst du ja auch von Windows. Ich lasse es ausgewählt und klicke auf Weiter. Nun stellt sich noch die Frage, ob Karten, Wetterdienste und andere Programme auf deine Standortinformationen zugreifen dürfen. Das lasse ich erstmal aus. Diese Dinge kannst du auch alle nachträglich in den Einstellungen ändern. Zuletzt wird dir noch die Installation von ein paar beliebten Apps vorgeschlagen. Der VLC-Player macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt viel Spaß beim Rumspielen mit Linux. Rechts oben versteckt sich übrigens auch das Menü zum Herunterfahren. So kommst du dann auch wieder zurück zu Windows 11. Links zu weiteren Linux-Tutorials findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wüßt in den Kommentaren. Falls du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass gerne einen Superfangs da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko-Anleitungen und Tutorials. Viti, Servus, Ciao. Wenn du wissen willst, wer ich bin und woher ich komme, dann klicke hier auf das verlinkte Video.